Weitere dich mal wieder eine andere Karre fahren. Karre, Autowong, die Autowong! Alle Fachfolgen mal das Auto wechseln. Aber bleck mich. Oh, schönes Ding. Fahr den. Ja, ich lass für dich. Ja. Scheiße, wer war hier vor mir dran? Oh, Mann, spielen doch nicht. Nein! Oh, aber... Oh, oh. Einfach nur hoch. Schade. Ich hab Fallrücksel, ich war dran, aber er zerstört mich. Ja. Scheiße. Oh, Grogu. Er hat grad Fallrücksel gemacht, ich hab den gehabt. Hat er dich aber zerstört. Ja. Nicht auf den Kony, bleib ruhig, bleib ruhig. Ich bin ganz... Fahr mal. Ich dachte, ich krieg dich in den Ball. Nein! Gott! Nein! Och, nee! Schau mal, wie er reingeht. Ja! Oh! Kann ja nicht sein, oder? Kann ich bin, meinst du? Kann ich bin? Ja. Kann ich bin. Dein? Ich bin ganz schön. Ja. Hat er den? Ja. Hat er den? Ja. Hat er den? Hat er den? Hat er den? den andere auf das tor schon freigemann ein fuß ist eingeschlafen welcher rechts oder links links ist okay das herrste seite kommt kein blut mehr durch passt mach einfach wollte ich zu doll war zu weiß ich auch nicht aber noch abgefälscht einer weiter was er war auch schon an mir vorbei wie kann er mich dann zerstören ja ich habe kein bus mehr ich mach bitte hab's gesehen schade ich bin davon ausgegangen dass ein bisschen weiter bitte kommen alles gut ich hab ich habe ihn gesehen meine ich lass mich aussprechen deiner musst du er ist dumm abgeprallt was ist er bei ihm so übers dach gerollt dass er den links hingekriegt hat front hat er in der schossen schossen das pervers mit dem fuß eingeschlafen ist ja so hart hat er den nein nein aber egal alter holy moly im bremsen im bremsen deiner jetzt nochmal deiner ja oh shit oh mann 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 alter was ist das denn schon wieder ja mein name korrektlo schieß selber ich wollte blocken dass er mich wieder zerstört hat ist die absolute frechheit muss mich so zusammenreißen nichts nicht rumzuschreien scheiße ja jetzt was ich nicht laufen der post ob ich noch und schießt schön ja was da mit ihm dran der war wie ne fix war der gut schnell war der guffi guffi schnell war der nicht erzählen was hier schon wieder abgeht sind wir uns einig womit entweder oder er hat die nicht fahr 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 jetzt jetzt kommen jetzt jetzt machen wir kann das laufen was eigentlich nicht da wo du warst das ist richtig mache ihn schnell vielleicht du wo bist du das andere auf ein weg gerammt weil ich oh gott schön über mich drüber wieder heike schön ok drei noch komm drei noch easy snack alter dass er genauso Millimeter über mich drüber wieder fizzle er hat doch ein witz ist so schön ich war wieder drunter oh mein gott kann wieder ins bootcamp ey pass auf ja ich kann nicht mehr springen ok mach du habe geblockt er macht ihn und da ja aber noch ein bisschen halbe minute jetzt vollgas ja danke so ist denn er da nicht hingegangen weil ich den überspielt habe und kein boost hatte also wie du siehst ah ne der hat boost ne da hätte er einfach nur springen müssen äh weiß nicht kannst du ja bin oben aber er hat ihn vor mir er hat ihn vor mir scheiße der andere fliegt auch ja der hat ihn nicht deiner jetzt in der mitte mann schade ich habe kurz gewartet ich dachte du wartest doch kurz ja ne weiter der ist drin ja ok er war gut aufgeholt noch bis dahin ja so wie wir zum schluss gespielt hätten oder haben hätten wir die ganze zeit spielen müssen ja ist so mist na aber schönes verdientes letztes tor ja kann man mal so sagen muss man ja auch mal sagen haben die einen schönen double gemacht das ist die power of friendship wo ist es das haben sie gemacht das DELEDELEDE they have to you know oh no schweiß ich will den zerstören ich habe mir anhand scheiß ich will gar keinen boost ist er alles weg aber nicht wieder zerstört was ich lasse liegen vom tor ich bin zu weit ich hab hierhin gespuckt ich blog ihn oben fast der andere hat mir den boost gesnackt er will mich zerstören was machst du doch schmeckt 700 das renn ich krieg 700 bist du wo bin ich hier ja wie fett mit mimo so mimo 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 machen können gibt es nicht gewartet mehr mal ich sitze schon man schießt nach vorne den schinken kein boost er klaut mir den boost alter ich hab ihn zu spät gesehen aber noch gespielt noch mal geräumt das ist meine runde der ram runde war schön seh nix habe ich gespawnt ganz schön dumm aber in dem boost geklaut schön okay ich bin hier die ganze moment hören schön oder ich wurde auch mit weg gerammt ich wurde mit weg gerammt ja wie er mich blockt sit down ich habe ihn dann noch mal los ja das war nice gut dass er noch gesagt haben hätte ich sonst so weggeheatet ja ich glaube auch oder ich dich weil du davor wärst ja irgendwie so wäre es passiert das wäre dann der freundschaftsmagnet schon wieder gewesen ja alter wie die da immer noch so millimeter über mich drüber spielen weißt du ja ich habe mich schon wieder gedreht und ich werde weg gerammt habe ich noch aber schlecht was war das denn was denn ich weiß nicht wo der andere ist du bist du komisch und der ball durch er will dich zerstören oder was war das wer war das nicht durch den ball durch oh oh gott das wäre es ja was gewesen ja schöner pass antizipiert das war ja auch geil ich stehe da und warte auf einmal we eat tschüss warte kurz das ist wieder zu hoch mir ist da oh ich habe ihn nicht auch gut wie er mich schon wieder gerammt hat was ist das für eine runde nur am ram hier schon wieder wegfest hier weg feste schön schön gemacht bobo bobo du wirst schön gemacht schön ich hatte schon ein auslaster auf den lippen ausraster auf den lippen er fliegt weiter schön aber da schön der wird glaube ich antäuschen naja jetzt war ich zu spät aber der geht nicht ich habe einen weg gerammt irgendwie irgendwo irgendwann irgendwie ist gut oh alter rückzug dann klauen wir wieder nein aber alles easy der hat mir den boost auch geklaut heute toni weg darf ich habe nicht mal zwölf jetzt habe ich zwölf ach brauche ich gar nicht gegen die gegen den posten geetet ich warte ich bin unter dem ball durch sah aber elegant aus muss ich ehrlich sagen ich habe ihn weg gerammt weil ich geil bin hier 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 kommt wieder mitte da oh der war hart vor oh wie kriegt er den noch über unsere seite er war auch quasi im stand ja ich habe für dich so schnell komme ich da nicht hin ich darf nicht auf dich hören ey wenn du mal sagst hier gehe ich automatisch mal hin egal wie weit ich weg bin mach ihn schön vor die füße gelegt doch ja ne nice war das das war eine breakfast runde ich fand die gut kann sich sehen lassen die gegner ja und unsere autos